Du bist Künstler und möchtest deine ersten 500 Euro mit Spotify verdienen? Du struggelst damit, monatliche Hörer aufzubauen? Dann ist dieses Video bzw. dieser Podcast hier genau richtig für dich. Ich bin Paul Welke von Beatmaking.de. Ich bin staatlich zertifizierter Toningenieur und habe selbst mit meiner Musik schon über 500 Euro alleine nur durch Spotify eingenommen. Was ich dabei alles gelernt habe und was auch du da draußen für dich mitnehmen kannst, das klären wir in diesem Video bzw. Podcast. Ja, wenn du auf der Suche bist nach Instrumentals, die hochwertig sind, um überhaupt erstmal geile Musik auf Spotify machen zu können, dann check doch auch mal Beatmaking.de vorbei. Und wenn du dich generell dafür interessierst, wie man mehr Umsatz oder auch mehr Fans mit seiner Musik machen kann, dann würde ich mich sehr über ein Abo auf diesem Kanal hier freuen. Jetzt, dann lass uns doch auch mal rein starten. Ich habe das Ganze so aufgegliedert, dass ich als allererstes erstmal darüber sprechen möchte, welchen Distributor sollte man verwenden. Ich glaube, die Wahl des Distributors ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wir werden da aber nur ganz, ganz, ganz kurz reingehen und ich werde da meine Erfahrungen teilen. Dann reden wir darüber, wie kann man Hörer aufbauen? Was sind da so Strategien? Wie habe ich es geschafft, über 300.000 Plays auf einem Song auf Spotify zu bekommen? Wie mir Nina Chuba geholfen hat? Dann als nächstes, wie du dich in die algorithmischen Playlists von Spotify hacken kannst. Auch sehr, sehr spannendes Thema. War auch eine Sache, die auf jeden Fall zu dem Erfolg beigetragen hat. Und dann reden wir als nächstes noch darüber, wie du in die Major-Playlists kommen kannst. Also jeder kennt die Kuratoren-Playlists von Spotify. Was ist wichtig dazu? Was sollte man da wissen? Und ab wann kann man denn überhaupt nur von Spotify-Streams leben? Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Künstler da draußen durchaus auch gerne dieses Ziel erreichen würde. Ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es ist sehr, sehr schwierig, aber wir reden da später drüber. Und als letztes reden wir dann noch über die GEMA und warum die GEMA für jeden in Deutschland ansässigen Künstler auf jeden Fall eine Sache ist, die man sich angucken sollte. Ich hatte es sehr, sehr lange Zeit auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber hoffentlich gibt es da bald hier jemand auch mal im Talk, mit dem wir da genauer nochmal über das Thema reden können. Ich bin da auf jeden Fall kein Experte. Dann möchte ich hier an der Stelle nur nochmal sagen, falls dich irgendein Kapitel jetzt nicht so interessiert wie zum Beispiel Distributor, weil du schon Distributor hast. Ich habe die Timestamps unten alle in die Beschreibung gepackt und da kann man dann von Thema zu Thema springen. Also, lasst uns doch mal anfangen als erstes und zwar mit der Auswahl des richtigen Distributors. Wo habe ich da explizit drauf geachtet, als ich anfing, meine Musik auf Spotify hochzuladen? Ich werde hier nicht alle einzelnen Distributoren auseinandernehmen, sondern wirklich nur über meine Erfahrung sprechen und mal ein paar einzelne nennen. Ja, also mir war persönlich wichtig, kann man die Einnahmen automatisiert verteilen unter anderen Künstlern, mit denen man zusammenarbeitet, weil das ist eine Sache, die ich tatsächlich sehr viel mache. Also war mir das wichtig. Dann habe ich geguckt, wie viel kostet der Dienst. Da unterscheidet man grundsätzlich in Dienste die per Abo abrechnen. Das heißt, man bezahlt einmal im Jahr beispielsweise 30, 40 Euro oder welche, die pro Song und pro Album eine Gebühr haben wollen. Und das dann teilweise noch jährlich. Das ist für mich persönlich rausgefallen, weil ich sehr viele Singles released habe und dann jedes Mal 10, 20 Euro dafür zu bezahlen. Das läppert sich und ist dann nicht so meine favorisierte Wahl. Und als letztes war mir noch wichtig bei der Auswahl, wie vertrauenswürdig ist der Anbieter. Also gibt es vielleicht einen deutschen Support oder gibt es andere Nutzer, die davon berichten, dass Gelder irgendwie irgendwo hängen geblieben sind? Weil ich meine, letzten Endes wollt ihr ja, dass ihr euer Geld bekommt. Deswegen ist es ganz, ganz, ganz doll wichtig. Ja, als erstes habe ich Erfahrung gemacht mit Recordjet und dann gab es noch so eine Plattform von Universal. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Beide Plattformen waren so, dass man dafür Released sein musste. Und dann habe ich irgendwann DistroKid entdeckt. Und das ist der Distributor, bei dem ich heute immer noch bin. DistroKid hat all die Eigenschaften, die ich am Anfang aufgezählt habe. Ich möchte dazu an der Stelle der Transparenz halber sagen, dass ich auch schon vereinzelt gehört habe, dass Leute Probleme mit dem Support hatten. Denn ich selber hatte jetzt noch gar keine Probleme gehabt mit DistroKid. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber möchte ich hier an der Stelle kurz mal erwähnen. Ansonsten, DistroKid bin ich mega zufrieden. Jetzt halt einen einmaligen Preis. Das mit den Splits funktioniert mega unkompliziert. Mega viele Leute haben DistroKid. Und deswegen ist das auch mein favorisierter Anbieter. Wenn du mich gerne unterstützen möchtest und sagst, hey, ich habe noch keinen Distributor. Ich habe mal unten einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo du dich anmelden kannst zu DistroKid. Da bekomme ich dann nochmal 10 Euro Provision und du bekommst auch einen kleinen Rabatt. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn du auf der Suche bist nach einem Distributor. Ja, weitere Distributoren, die ich hier an der Stelle nochmal nennen möchte. Aus Deutschland wären auf jeden Fall Plattenfirma to go. Ich habe gesehen, die haben auch einen einmaligen Preis, den man bezahlt. Kann dann unlimited viel hochladen. Und laut so einer Übersicht auf der Webseite Musiker-Kanal kann man da wohl auch automatisiert die Einnahmen verteilen. Dann gibt es noch Artistify, auch deutscher Distributor. Bisher nichts Schlechtes drüber gehört. Und eben Dracajet, wo ich selber war. Was die internationalen Anbieter angeht, da gibt es halt vor allem neben DistroKid noch TuneCore, was wirklich sehr, sehr, sehr bekannt ist. Und grundsätzlich habe ich da auch sehr viel Gutes drüber gehört. Habe ich selber aber keine Erfahrung. Wenn euch das interessiert, wenn ihr nochmal gerne mehr zu dem Thema Distributoren wissen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kommt dazu auf jeden Fall noch ein Video hier auf diesem Kanal. Und last but not least möchte ich noch einen Anbieter hier etwas gesondert erwähnen. Und das ist der GEMA Music Hub. Für alle GEMA-Mitglieder ist da der Upload der Songs komplett kostenlos und ihr behaltet 90% euer Einnahmen. Nicht so wie bei DistroKid, da bekommt ihr 100% der Einnahmen. Beim GEMA Music Hub bekommt ihr nur 90% aller Einnahmen. Dafür könnt ihr das aber komplett kostenfrei nutzen. Warum es dennoch auch sinnvoll sein kann, sich bei der GEMA anzumelden. Darauf gehe ich im letzten Kapitel dieses Podcasts bzw. Videos ein und möchte dann auch eigentlich schon zum nächsten Thema hier an der Stelle kommen. Und zwar, wie habe ich es denn jetzt überhaupt geschafft, meine Hörer aufzubauen? Wie habe ich es geschafft, über 300.000 Plays auf Spotify alleine zu bekommen? Und was habe ich dabei gelernt? Als erstes möchte ich da mal ein bisschen kurz ausholen. Und zwar habe ich angefangen, Musik auf Spotify hochzuladen, schon im Jahr 2018. Wie ihr vielleicht wisst oder wie vielleicht du weißt, bin ich selber ja eher Produzent und bin als Künstler nicht so in Erscheinung getreten. Ich habe aber immer Songs gemacht, einfach für mich, einfach aus Spaß und habe die auf Spotify hochgeladen. Ich hatte damit nie krass Ambitionen. Ich habe das auch nie krass beworben. Deswegen haben die Songs auch nie wirklich viel Plays gehabt. Allerdings lernte ich 2021 dann den Künstler THC F36 aus Österreich kennen. Auf jeden Fall Shoutouts an dieser Stelle, mit dem ich halt als Producer und als Mixing Engineer zusammengearbeitet habe. Und da ist so eine Zusammenarbeit entstanden. Er hat mich irgendwann mal spontan gefragt, ob ich eigentlich auch selber Songs mache. Oder er hat einen meiner Songs gehört, die ich damals schon online hatte. Und er hat gesagt, ey, du hast richtig krasses Potenzial. Lass uns doch mal zusammen eine Kollabo-EP machen. Da habe ich halt gesagt, okay, ja, warum nicht? Lass uns das Ganze einfach mal machen. So, just for fun. Einfach, weil es Spaß macht. Und dann haben wir das Album Seele nach und nach zusammen geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Songs es sind, aber wir haben auf jeden Fall echt eine Menge Songs gemacht. Und 2022 zog der Daniel, also THC F36, dann auch spontan hierher nach Deutschland aus Österreich in meine kleine Stadt, in der ich wohne. Weil er gesagt hat, let's go. Wirklich, lass uns hier Gas geben. Lass uns hier wirklich durchziehen. Ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum das dann später so erfolgreich geworden ist. Weil er halt eben diese Einstellung hatte. Und da hier mein erstes Learning in diesem Podcast für dich. Du musst es wirklich wollen und du musst dich darauf fokussieren. Wo ich mich nicht darauf fokussiert habe, wo ich gesagt habe, ja, ich mache ein bisschen Musik, ich gucke mal, was geht, kam keine Plays rum. Entsprechend, ich habe nichts erwartet, aber auf der anderen Seite, wo Daniel dann kam und gesagt hat, ey, wir ziehen das jetzt halt durch, wir machen das jetzt hier. Wir verdienen jetzt zusammen Geld mit Streaming. Voilà, sieht man, hat es auf einmal funktioniert. Ja, was waren unsere Geheimnisse? Wie haben wir das geschafft? Also ich denke, in erster Linie haben wir damals ein Genre bedient, zusammen mit Ventus, auch Shoutouts an der Stelle hier, welches so noch nicht krass vertreten war zu der Zeit im Deutschrap. Und vor allem war das das Subgenre Pop-Punk. Ja, nach dem letzten Alligator-Album, denke ich, ist jedem das auch so ein Begriff oder New Metal, wo man so Rap mit Metal-Elementen mischt. Und damals hat es aber keiner gemacht. Und Ventus, der hatte damals diesen Einfluss gehabt von Machine Gun Kelly, der hat es halt gefeiert. Und von ihm kamen damals alle Beats. Wir haben mit ihm zusammengearbeitet und wir haben gesagt, ey, komm, pass auf, wir teilen einfach 30 Prozent Ventus, 30 Prozent ich und eben 30 Prozent an Daniel. Dann haben wir die ganzen Songs halt alle fertig gemacht. Und als nächstes geht es natürlich darum, die Songs einfach nicht hochzuladen. Klar ist es cool, gute Songs zu haben, aber wenn dich halt keiner kennt, machen wir uns nichts vor, dann wirst du halt keine Streams bekommen. Also hat Daniel sich da halt umgehört und hat halt jemanden gefunden, der für ihn Werbeanzeigen schaltet. Und diese Person hat für Daniel Werbeanzeigen geschaltet mit einem ungefähren Budget von 500 Euro pro Monat. Und das Ganze lief so sechs Monate. Also hier an der Stelle nochmal für jeden, der jetzt erwartet hat, boah krass, ich kann jetzt hier richtig viel Geld verdienen, ohne selbst was zu investieren. Das ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also sechs Monate, 500 Euro, das sind halt alleine 3.000 Euro Werbebudget. Ich selber habe nichts dafür ausgegeben, sage ich an der Stelle mal, weshalb das Geld, was für mich am Ende bei rumgekommen ist, wirklich das Geld ist, was ich verdient habe. Genau, und diese Werbestrategie sieht wie folgt aus und das ist auch eine Sache, wo ich wirklich sagen kann, dass es sehr, sehr, sehr interessant für jeden, der davon noch nicht gehört hat. Man macht Werbung für seinen Song auf Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder TikTok und man bewirbt seinen Spotify-Song. Besser noch, hier an der Stelle nicht seinen Song zu bewerben, sondern sein Album, was vielleicht so heißt wie der Song oder eine Playlist mit mehreren Titeln von dir. Ich habe auch mal in einem anderen Podcast, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, gehört, man soll doch am besten eine Playlist machen mit anderen großen Artists und deinen eigenen Songs, auf die du dann wiederum Werbung schaltest, um so sicherzustellen, dass der Algorithmus denkt, ah okay, Zuhörer X hört gern Drake und danach hört er gern Paul der Held. Also werden wir auch anderen Drake-Hörern, Paul der Held, im Algorithmus vorschlagen. Und der Spotify-Algorithmus, um den zu triggern, um wirklich viele Plays zu bekommen, funktioniert eigentlich wie folgt. Spotify merkt, Leute bleiben wegen deiner Musik länger auf Spotify. Du schenkst Spotify sozusagen also Zeit. Also belohnt dich Spotify dafür, indem es deine Songs im Algorithmus pusht. Denn welches Interesse hat Spotify? Spotify verdient mit monatlichen Abonnements Geld. Und sie wollen natürlich, dass die Nutzer so lange es geht auf ihrer Plattform verweilen. Das ist das Einzige, worauf Spotify wirklich Wert legt. Und wenn du es schaffst, Leute dazu zu bringen, länger auf Spotify zu verweilen, weil sie eben deine Musik hören, belohnt dich der Algorithmus, indem es dich in die algorithmischen Playlists packt. Da gibt es zum einen On-Repeat-Playlists, Songs, die eine Person öfter gehört hat, die kommen in diese Playlist. Dann gibt es noch die Radio-Playlist. Wenn Leute also sozusagen, kennt es ja bestimmt, auf diese Radio-Funktion gehen und sich einfach Random Songs vorschlagen lassen, dann kommst du da halt eben in diese Playlist rein. Oder auch die Discovery-Playlist. Das ist auch eine algorithmische Playlist von Spotify, wo immer neue Songs reinkommen. Wichtig hier zu wissen ist, dass man in diese algorithmischen Playlists erst ab knapp 1000 Plays reinkommt. Das heißt also, die 1000 Plays muss man erstmal schaffen. Da ist diese Strategie, die Daniel angewendet hat, da eben komplett reinzugehen und da halt Werbung zu schalten, sehr, sehr gut gewesen. Ist auch sehr kostenintensiv und ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass ihr wirklich aufpassen müsst. Wirklich pass auf, wie viel Geld du da reinsteckst, weil man kann echt, wenn man keine Ahnung hat, was man da tut, eine Menge Geld in Werbeanzeigen verbrennen. Ich bin da auch absolut gar kein Experte. Ich möchte es an der Stelle nur mal sagen. Nicht, dass ihr jetzt sagt, der hat im Podcast gesagt, steck Geld in Werbeanzeigen. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Also da auf jeden Fall aufpassen, Leute. Genau. Und so haben wir das Ganze gemacht. Wir haben Werbeanzeigen auf die Songs geschaltet und Spotify hat uns dann dafür belohnt, dass es uns in die algorithmischen Playlists gepackt hat. Dann hatten wir halt Glück, dass wir halt eine Werbeanzeige hatten, die sehr, sehr gut lief. Falls ich die Werbeanzeige irgendwo finde, blende ich die ein. Ansonsten kann ich euch mal erzählen, was da war. Das waren halt einfach Skate-Videos zusammengeschnitten. Da wurde ein Filter drüber gelegt, ein lila Filter. Und im Vordergrund waren einfach immer die Lyrics des Songs eingeblendet. That's it. Das war die gesamte Werbeanzeige. Hat damals mega gut funktioniert und hat mega viele Leute auf unser gemeinsames Spotify geholt. Und ja, weil ich halt eben an zu 30 Prozent daran beteiligt war, kam für mich da ein Großteil der Einnahmen der 500 Euro eben durch dieses Kollabo zusammen. Nochmal zusammenfassend, was kannst du also daraus mitnehmen? Arbeite mit anderen Künstlern zusammen. Ich glaube, es kann auch mega sinnvoll sein, deine eigenen monatlichen Hörer dadurch zu erweitern, indem du mit ähnlich großen Künstlern zusammenarbeitest und vielleicht deren monatliche Hörer auch zu deinen monatlichen Hörern werden. Zweites Learning hier aus dieser Geschichte ist Werbeanzeigen. Wenn ihr kein Budget habt für Werbeanzeigen, dann vielleicht versucht doch einfach mal zu gucken, okay, kann ich vielleicht selber geilen Social Media Content machen? Wie man guten Social Media Content macht, darüber reden wir ja auch auf diesem Kanal. Also wenn du den Podcast bisher gehört hast und noch nicht reinfolgst, weiß ich nicht, was du hier machst. Lass ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und das dritte Learning, was ich so sagen würde, ist, dass es nicht nur wichtig ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, um die gemeinsamen monatlichen Hörer zusammenzubundeln, sondern auch, weil man halt einfach viel, viel produktiver ist, einen krasseren Output hat und seine Aufgaben besser verteilen kann. Joa, insgesamt hat der Song Seele jetzt Stand heute über 290.000 Streams allein auf Spotify und meine 30%, die ich daran bekommen habe, ich schaue mal hier eben live nach, sind so ungefähr 300 Euro. Also ein Großteil der 500 Euro auf Spotify habe ich also alleine mit dem Song Seele gemacht. Dann möchte ich als nächstes dazu kommen, wie Nina Chuba mir geholfen hat, Geld auf Spotify zu verdienen. Klingt jetzt etwas reißerisch, aber Nina Chuba hat mir geholfen, Geld auf Spotify zu verdienen, indem ich damals einen Song hatte, der hieß Lil Whiteberry. Und ihr alle kennt ja mit Sicherheit den Song von Nina Chuba, der heißt Whiteberry Lilé und den hat sie halt krass auf TikTok gepusht und das ist halt mega viral gegangen, bevor dieser Song rausgekommen ist. Also was haben die Leute gemacht? Die sind halt hingegangen und haben eben auf Spotify nach Lil Whiteberry oder Whiteberry Lilé gesucht und sind durch Zufall auf meinen Song gestoßen. Und weil sie diesen Song halt eben gefeiert haben und weil ihnen der Song gefallen hat, habe ich über Nacht auf einmal mehrere tausend Plays auf diesen Song bekommen. Also Shoutouts an der Stelle nochmal an Nina Chuba, vielen Dank. Welches Learning könnt ihr jetzt daraus mitnehmen, ist wahrscheinlich eher schwierig. Ich würde sagen, es war einfach Glück. Ich denke, eine Prise Glück gehört auch immer mit dazu. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, wie man jetzt in Major-Playlisten kommt. Ich selber war mit meinen über 300.000 Plays bis heute noch nie in einer Major-Playlist gewesen. Was aber auf jeden Fall extrem wichtig ist, um in Major-Playlists zu kommen, ist, dass ihr von dem Sound her nicht abweicht von anderen Songs. Das heißt also, Sound-Qualität ist hier wirklich, wirklich, wirklich entscheidend. Und da, wo man dann auch richtig viel Geld mit Spotify verdienen kann, in den Major-Playlists, in den Kuratoren-Playlists, da braucht ihr halt einfach eine gute Sound-Qualität. Ohne die wird es nichts. Also wenn du denkst, du kannst zu Hause mit deinem Auna-Mic oder anderem USB-Mic irgendwie was einrappen ohne Acoustic Treatment und dann schickst du das irgendjemandem, der es dir für 50 Euro mischt und du landest in der Major-Playlist, den Zahn kann ich dir auf jeden Fall schon mal ziehen. Wird nicht funktionieren. Qualität ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Es wird heutzutage sehr oft übersehen. Man braucht nicht immer unbedingt krasse Qualität, um erfolgreich zu werden. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Beispiele gesehen von Leuten, die haben am Anfang komplett auf die Qualität geschissen. Das waren so diese Soundcloud-Rapperzeiten. Negative OG zum Beispiel, Sivirin, die hatten niemals einen krassen Mix am Anfang gehabt. Aber die haben sich natürlich trotzdem ihre monatlichen Hörer sehr, sehr, sehr gut organisch aufgebaut. Falls du jetzt sagst, ich hätte halt gerne ein professionelles Mixing, schreibt mir gerne auf WhatsApp. Nummer ist hier unten in der Videobeschreibung bei YouTube auf jeden Fall. Für alle Leute, die den Podcast auf Spotify hören, schaut mal auf jeden Fall bei Beatmaking.de vorbei. Da könnt ihr mich auch erreichen. Ja, jetzt die Frage noch, die übrig bleibt. Ab wann kann man denn eigentlich von den Streams leben? Und diese Frage ist eine Frage, die ich mir selber auch schon gestellt habe und die echt eine krasse Antwort hat. Und ich würde sagen, eine Antwort für die meisten wahrscheinlich unerreichbar. Was nicht bedeutet, dass man nicht von der Musik leben kann. Aber ihr könnt nicht erwarten, dass ihr alleine von euren Spotify-Einnahmen leben könnt. Da gehört ihr halt schon wirklich so zu den Top, 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 Top-Künstlern, damit ihr eure Fixkosten nur alleine mit Spotify bezahlen könnt. Ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass nur Spotify euer gesamtes Einkommen regeln kann, sondern ihr solltet auch gucken, dass ihr andere Einkommensquellen generiert. Gerade wenn ihr schon eine große Zuhörerschaft habt auf Spotify, macht es halt eben total Sinn, andere Sachen wie Merch und so weiter zu erstellen. Was man da alles machen kann, beraten wir hier auf dem Kanal regelmäßig. So, also wir schauen jetzt mal, was bringen 100.000, sondern eine Million Spotify-Streams. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Million Spotify-Streams, Leute, bringen euch 2.800 Euro. Das heißt also, ihr müsst jeden Monat eine Million Spotify-Plays haben. Eine Million Spotify-Plays würde bedeuten, dass 100 Leute 10.000 Mal euren Song hören oder 10.000 Leute 100 Mal euren Song hören oder 100.000 Leute 10 Mal euren Song hören. Das heißt, ihr braucht 100.000 Fans und das ist wirklich, wirklich schwierig zu erreichen. Ich denke also, der Erwartungshorizont sollte hier schon mal gesetzt sein, von Spotify alleine leben zu können, bleibt leider den großen Künstlern vorenthalten, aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Man kann noch sehr viele andere Sachen machen. Und einer dieser Sachen ist zum Beispiel, sich bei der GEMA anmelden, Was viele nämlich nicht wissen, was ich selber auch bis vor kurzem nicht wusste, wurde freundlicherweise auf der BeatCon darauf aufmerksam gemacht. Wenn ihr 300.000 Streams, wie ich zum Beispiel, auf Spotify gemacht habt, dann stehen euch GEMA-Einnahmen zu. Wie funktioniert das Ganze? Wird dann da jemand anderem Geld weggenommen? Kriegt ihr dann weniger Streaming-Einnahmen? Nein, das Ganze ist nicht so, denn Spotify zahlt eine monatliche, jährliche Pauschale an die GEMA dafür, dass die Songs der Künstler auf der Plattform sein dürfen. Und normalerweise ist es so, wenn du jetzt beispielsweise nur bei DistroKid angemeldet bist und nicht Mitglied bei der GEMA bist, dass du dann komplett gar nichts von diesem Topf bekommst. Wenn du dich jetzt aber bei der GEMA anmeldest, kannst du für 300.000 Streams beispielsweise allein GEMA-Einnahmen 300 Euro erhalten. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das alles deutsche Streams sind. Voraussetzung Nummer eins. Und Voraussetzung Nummer zwei, dass du der alleinigerechte Inhaber des Songs bist. Beispielsweise du sagst jetzt, du möchtest jetzt einen Song auf Spotify releasen und du benutzt ein Beat von Beatmaking.de. Dann ist das auf jeden Fall so, dass du 100% der Spotify-Einnahmen für dich behalten darfst. Da wollen wir auch gar nichts von abhaben. Aber uns stehen, wenn wir denn GEMA-Mitglied sind, eben die GEMA-Einnahmen zu. Und zumindest 50%, wenn der Song sozusagen nicht nochmal als Instrumental bearbeitet wurde, dann sind 50% des Anteils für das Produzieren des Instrumentals, die an uns gehen. Und dann nochmal weitere 50% ungefähr, die an dich als Künstler gehen, dafür, dass du den Text geschrieben hast. Das ist eine Sache, die wissen die meisten nicht. Das wusste ich auch nicht. Und tatsächlich ist es so, dass es sich auch erst dann wirklich lohnt, wenn du ein paar 10 oder sogar 100.000 Plays auf Spotify hast. Nämlich, weil die GEMA kostet auch Mitgliedsgebühren. Jetzt haben wir noch im Hinterkopf, was ich am Anfang erwähnt habe. Die GEMA bietet aber eben auch an, dass sie dein Distributor ist. Und wenn du noch keinen Distributor hast und sagst, hey, irgendwie, ja, ich bin der Meinung, ich habe da schon ein paar monatliche Hörer. GEMA anmelden macht total Sinn. Irgendwie beschäftige ich mich mal. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich eben über den GEMA Music Hub da anzumelden, den als Distributor zu nutzen. Und dann gleichzeitig, weil man ja GEMA Mitglied ist, eben noch die GEMA Einnahmen zu bekommen, die nochmal on top zu den Streaming Einnahmen hinzukommen. Ja, was bleibt abschließend noch zu sagen? 500 Euro mit Spotify zu verdienen, ist tatsächlich nicht so leicht, wie man denkt. Ich kann nur an jeden Künstler da draußen appellieren, such dir andere Einkommensquellen. Schau, was du noch machen kannst, um Geld zu verdienen. Versuch dich gerade am Anfang nicht auf die Spotify-Einnahmen zu verlassen. Ich weiß, es kann unheimlich frustrierend sein, wenn du das tust und ziemlich schnell feststellst, dass halt eben da bei so wenig Geld bei rumkommt, dass du nicht mal irgendwie deine Instrumentals, die du gekauft hast, davon bezahlen kannst. Geschweige denn irgendjemand, der das Ganze mix und mastert, Equipment und so. Ihr kennt alle Leute. Aber es gibt natürlich mit entsprechenden Reichweiten, mit entsprechenden Fans andere Möglichkeiten, die man machen kann. Ja, das war es auch eigentlich alles, was ich zum Thema die ersten 500 Euro mit Spotify verdienen hier zu sagen habe. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie viel habt ihr denn schon mit Spotify verdient. Würde mich sehr interessieren. Fragen habe ich euch auch auf Instagram gestellt. Ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, kamen jetzt leider keine Fragen dabei rum. Außer von Patrick. Die Frage möchte ich hier an der Stelle beantworten. Und zwar fragt Patrick, kann ich denn auch so viel mit Spotify verdienen? Meine Antwort an der Stelle an dich, Patrick, ja. Du kannst so viel damit verdienen, wenn du ganz fest an dich glaubst und hart daran arbeitest. Ja, dann folgt mir auch gerne auf Instagram. Das sollte jetzt ein versteckter Hinweis sein. Um da auch in Zukunft für die nächsten Podcast-Folgen, wenn hier wieder ein Gast zu Besuch ist, wie letztens zum Beispiel Gregor von Checkmate Kollektiv, ploppt jetzt mal hier oben bei YouTube auf. Ansonsten bei Spotify, checkt es ab, ist die letzte Folge sehr, sehr, sehr interessant. Was macht eigentlich so ein Manager? Da könnt ihr mal Fragen an so eine Person stellen auf Instagram. Also lohnt sich auch da reinzufolgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle einfach mal fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch bei dieser Solo-Folge hier zum Thema die ersten 500 Euro mit Spotify verdienen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Auf YouTube könnt ihr hier in der Mitte noch mal abonnieren. Links und rechts findet ihr ein Video. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao.